So Leute, dann hier ein pieprisches Hallöchen, Pupülchen und wir werden von einer Kamera beobachtet. Mit einer Kamera beobachten wir natürlich eine Kamera zurück. Jetzt fährt der Fahrstuhl. Oh nö. Also im letzten Part sind wir ja hier runtergefahren, weil der Pater uns den Schlüssel gegeben hat und meinte, wir können fliehen, beziehungsweise der vorletzte Akt beginnt. Aber wir durften irgendwie schon gehen und irgendwie dann doch nicht und... Das seht hier sehr nach Hot aus. Von Star Wars. Aus dem fünften Teil der Eisplanet. Das, äh... Das hab ich nicht erwartet, dass das hier unter so einer Anstalt ist. Hier sieht es dann schon ein bisschen moderner aus. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So viel dann dazu. Das war ein bisschen sehr verstörend, der Brief. Aber wieso ist die Tür jetzt auf? Das ist nicht so eine, ähm... Desinfektionskammer... Jetzt sieht es nicht mehr nach Hot aus. Jetzt sieht es nach Oblast aus. Hm. Das ist eine... Das wäre eine Shotgun. Das liegt einfach... Nein. Nein, lecker. Mmh. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Das ist keine Tür. Na, lecker. Mmh, mmh. Ach. Mmh, Alter. Da fehlt noch ein bisschen Ketchup. Oh, Junge. Das ist echt widerlich. Aber fehlt ein bisschen... Warte mal, gucken wir mal. Ich finde... Da fehlt noch so ein bisschen... Ja, doch. So ein bisschen Salz wird. Vor allem sieht der einfach mega nach Plastik aus. Aber gut. Da haben wir irgendwie... Oh, oh, oh. Oh, ein Kopf. Zweiköpfe. Wow. Jetzt wird ja immer Appetit lächer. Das war wahrscheinlich der Batteriemann. Könnt ihr mir vorstellen. Oh Gott. Ihr könnt jetzt hier einen Cut machen. Also, was heißt ein Cut? Ihr könnt jetzt hier einfach Stopp machen. und euch das durchlesen. Ich meine, nochmal zurück. Stopp. Und jetzt nochmal. Stopp. Weil, wenn ich das jetzt alles vorlese, dann sitzen wir noch bis morgen früh. Und, äh... Das muss ja nicht sein. Hm. Ich fühl' mich wie auf Rot. Hopp. Hopp. Äh, der, der... Pater meinte... Oh, das ist ein Ausgang! Das ist ein Ausgang! Komm, ich hoffe es so. Oh, nö! Oh, nö! Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Oh, nö, oh, nö, oh, nö, oh, nö, oh, nö. Oh, nö, man, 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 man. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Leute, das muss doch jetzt nicht sein. Dass du so ein Geist hinter mir herpimmelst, das brauchst du jetzt am wenigsten. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hä? Der Geist hilft mir? Was? Was? War das? Holy fucking shit. Können wir jetzt da hinten noch lang, oder nicht? Ich hoffe mal. Ne, scheinbar nicht mehr. Dann müssen wir wohl da hinten lang gehen. Oh, das ist ja richtig... Also, ich find's gut, dass er... Da... Dass er das überlebt hat. Aber... Also, dass er tot ist. Aber... So, was? Da hab ich selbst mit ihm, obwohl er mir eigentlich auf den Sack ging. Uh, da war das Gespenst aber fei... Äh, sehr, sehr fleißig. Oh Gott, wenn man den beleuchtet ist... Oh Gott, ich will nicht wirklich beleuchten. Kann man da rein? Ne, kann man nicht. Ich bin wahrscheinlich tot. Nein, so viel Glück hatte ich nicht. Er kümmert sich um mich. Er hat einen Magenkrebs entfernt und meine Augen gerichtet. Er denkt wohl, ich wäre sein Vater. Dieser arme Irre. Liebt mich. Wissen Sie, wofür dieses Symbol steht? Das Symbol, was wir haben. Waren vor Nano gefahren, vor winzig kleinen Maschinen. Und nie beherrscht haben. Murkopf entdeckte in meiner Forschung eine Übergangslösung. Wir machen Körperzellen in Nanofabriken. Zellen produzieren normalerweise Monoküle. Der Geist steuert den Körper. Der Geist steuert die präzise Moleküle, die necessität der Geist steuert ist. Der Geist überwürdig ist. Es war dumm und falsch anzunehmen. Wir könnten es kontrollieren, mit Geisteskranken etwas so Mächtiges zu erschaffen. Also, ich sehe es ja nicht, ich sehe es ja nicht, ich habe es ja nicht falsch gesehen, ja. Das heißt, alle sind geisteskrank in dieser Anstalt, ja. Finde Billy im Hauptlabor. Da hinten. Cafeteria. 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 Ja, das ist eigentlich das Scheißort, nicht die Cafeteria. Aber wir können ja mal die Cafeteria reinschauen. Oh, die haben sogar was zu essen durchgelassen. Mh. Delicious. Aber scheinbar, ähm, brauche ich ja gar nicht diese Batterien mehr. Also momentan. Wenn die hier nirgends wo welche rumliegen. Leute. Hilfe. Der Geist, der den anderen penetriert hat, will mich penetrieren. Help me, everybody helps me, everybody help me. Fuck you, 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 fuck, 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 fuck. Fuck me. Kann man hier irgendwie... Oh nein, der hat's kaputt gemacht. Rein. Das ist... Das ist also das Hauptlabor. Hier seht ihr die... Holla, die Waldfee. Dreh das Ventil. Alter. Ich glaube, das ist Billy. Ich müsste nur wissen, wo das Hauptventil ist. War das da unten? War das da unten? Das war eine Gasflasche. Jo, Mensch. Das Hauptventil. Was ist denn das Hauptventil? Ah, okay. Hier wahrscheinlich. Auch nicht. Also nicht hier lang. Irgendwas hier. Ah, ne Batterie. Super. Scheinbar brauche ich die Batterie... Äh, die das... Die Kamera jetzt wieder. Kann man irgendwas drücken? Ne. Geht in die Richtung. Also, okay. Fluid. Das sieht echt appetitlich aus. Also, hier würde ich echt gerne, gerne tot über den Zorn hängen. Oh, wenn da links schon steht, speichern, dann passiert da irgendwas. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Junge, Junge, Junge. Da hab ich ja nicht so wirklich die Lust drauf. Aber gut. Es gibt was Schlimmeres. Kann man hier irgendwas drücken? Hier ist ne Notiz. Hier ist ne Batterie. Aber diese Ventile muss ich ja zuschließen. Das ist Rohr. Und das Rohr... Ach da. Den sieht man aber auch kaum. Finde ich. Aber gut. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich ganz und gar nicht gut an. War schon wieder der Geist? Das war schon... Alter, scheiße. Leute, was ist denn das für ein Spiel? Bäm, bä, bäm, bä, bä. Oh, bitte lass mich einfach mal in Ruhe. Ich glaub, wir müssen jetzt... Ja, da oben ist der Raum auf. Bitte geh weg, bitte geh weg. Geh weg, geh weg. Scheiße. Komm, da rein. Zack. Äh, wo lang? Ach so, da durch. Ich fahr, zack, passt da durch. Okay. Ich würd jetzt partout sagen, Trapo. Oh, Leute, halt. Diese Musik, die geht so gar nicht. Oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ich will nicht... Ich will nicht zum Geboxt werden von nem Geist. Hab ich keinen Bock drauf. Kein Interesse. Wie lang ist denn... Wie hoch ist denn der Turm, bitte? Danke. Rechts, links. Lampel. Na lecker. Na lecker. Lauf bitte einfach. Och, danke. Passe, Lord. Ich liebe dich. So much. Thanks. Ich zieh einfach alle. Okay. Gut, dann würd ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weil, äh, wir sind schon... Wir wollen's ja noch spannend machen und die letzte... Ich glaube, letzte Folge dann genießen. Deswegen würd ich sagen... Bis zum ersten Part. Ja, bitte. Irgendjus. And... Wir sind nun mal...